Entfernen Sie sich bitte auch von der Fiste. Es ist Betretungsverbot für die Fischen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Gestern kam es auch wieder zu vermehrten Verstößen gegen die Corona-Schutz-Verordnung, aber auch gegen die erlassene Maskenpflicht. Das hat dazu geführt, dass die Stadt sich entschieden hat, hier Betretungsverbote für einige Skipisten auszusprechen. Und das ist auch der Grund, warum wir das Kräfteaufgebot nochmal erhöht haben, um das auch zu kontrollieren. Dass einige Skipisten trotzdem belaufen sind, das war uns von vornherein klar, dass das passiert. Man muss einfach wissen, wir haben über 40 Hänge, die hängen alle miteinander zusammen. Das sind zigtausend Quadratkilometer. Das ist unmöglich, das zu verhindern, aber die Kollegen greifen da ein und bringen die Leute von der Piste. Das funktioniert sehr gut. Das ist unmöglich, das zu verhindern, dass die Leute von der Piste aufbauen. Das ist unmöglich, das zu verhindern, dass die Leute von der Piste aufbauen. Das ist unmöglich, das zu verhindern, dass die Leute von der Piste aufbauen. Das ist unmöglich, das zu verhindern, dass die Leute von der Piste aufbauen. Untertitelung des ZDF, 2020